. 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 Ich bin hier für 6.9. Einwände? Ja, finde ich auch. So, ready? Du gehst vor, weil ihr wollt aufs Foto. Ich möchte nicht aufs Foto. Schönen guten Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Danke. Guten Tag. Morgen. 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 Ja? Ja. Ja. Thomas, herzlich willkommen auf Schalke, auch für dich waren es spannende Tage, spannende Stunden. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt und gib uns schon mal einen Ausblick aufs Wochenende, Sonntag Heimspiel. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, zum Start natürlich auch von mir. Ein herzliches Glück auf. Ich bin natürlich froh, dass nach turbulenten Tagen auch für mich, nach besonderen Tagen, das jetzt endlich geklappt hat, um wieder meinem Beruf nachgehen zu können. Nach der Urlaubung beim VfL Bochum war es natürlich schon nicht ganz so einfach, nicht mehr auf dem Trainingsplatz zu stehen. Und deswegen bin ich froh, dass ich endlich wieder raus darf, mit der Mannschaft arbeiten darf und an etwas Besonderem arbeiten darf. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Ziel, was wir jetzt gemeinsam haben. Und das ist nun mal der Klassenerhalt. Und darauf freue ich mich. Wir machen das ein bisschen einfacher und machen bei den Steck in zwei, langsam mal zwei Kontaktschläge. Ab, bei fünf gegen zwei, das ist direkt zu stehen. Wir haben zwei Kontaktschläge. Wir haben zwei Kontaktschläge. So meine青ien BauspAL G Da findest du weiter. So��ezi Dann kriegst duwegs an. Soiu Ich boste noch hin, nicht. Das war's für heute.